Lege zuerst deine Sehstärke-Einsätze bereit. Dieser abstehende Bereich zeigt in Richtung Nase. Damit kannst du einfach den linken und rechten Adapter voneinander unterscheiden. Für die Installation finde und halte die Linsen-Abstandstaste am Headset und ziehe das Visier raus. Zum Einsetzen der Adapter ist es am einfachsten zuerst den Nasenbereich auszurichten und dann den Rest aufzufädeln. Wiederhole den Prozess für den zweiten Adapter, also zuerst den Nasenbereich ausrichten und dann den Rest auffädeln. Überprüfe, dass beide Adapter korrekt sitzen und halte die Linsen-Abstandstaste erneut und drücke das Visier wieder zurück. Vergiss nicht deinen Pupillenabstand korrekt einzustellen.